Der Berg ist heute ganz sommerlich geglaubt, obwohl es heute noch geregnet hat. Ja, das ist wohl wahr. Guckt euch das mal an, heute ist es leider ein bisschen bedeckt, wir haben zwar auch noch Wolken dabei, aber jetzt ist es Gott sei Dank trocken und mild. Damit kann ich leben, da ist unser fieses Haus, Ghetto Place, da dürfts Dicke, sag was. Du bist zu nah dran, du bist zu unschaft, Digga. Das ist idiotisch, was machst du da? Digga? Warum? Gersen. Warum? Du bist zu nah dran, Digga. Das ist ja mal ne geile Aufnahme. Ja, der Bus, der Bus. Der Bus auf Doom. Hallo Bus. Michael macht Ausnahmen, ich weiß nicht, du bist für was. Für was musst du denn Ausnahmen, Michael? Für unseren Channel. Für die Außenseiter? Äh, nichts Fricker. Meine ich doch, die Außenseiter sind ja die anderen. Das sind die besten Deutschlands. Wir wollen die Außenseiter übernehmen. Die fressen uns zum Frühstück, Digga. Du bist lieber zwei. Dafür bin ich zu fett. Und das ist unser Haus.